Es ist für mich nicht erklärbar, warum man das nicht schon längst gemacht hat, auch im Sinne des Verbrauchers nicht. Das ist doch ein Anrecht vom Verbraucher, dass jeder weiß, wo kommt mein Produkt her. Hat es dieses Tierwohl jemals gesehen, was wir haben wollen? Wir reden ja hier in Deutschland von Tierwohlstufe 3 und 4. Gibt es ja fast gar nicht. Wir lassen uns von Aldi und Co. Sand in die Augen streuen. Das steht aber im Kleingedruckten, das bezieht sich nur auf Frischfleisch. Wenn die ehrlich wären, würden die sagen, auf das gesamte Fleischdortiment. Das wäre ehrlich. Dann weiß jeder, alles klar, Tierwohl super, der Landwirt, dem garantiert man einen vernünftigen Preis, dass er das auch alles umsetzen kann. Versuchen Sie doch mal heutzutage als Landwirt, was ich gerade gesagt habe, als Schweinemäster, der jeden seit zwei Jahren nur Verluste macht, zur Bank zu gehen, einen Kredit zu beantragen. Oder Sie kriegen noch nicht mal die Baugenehmigung, weil die Politik nicht in der Lage ist, diese Baugenehmigung zu halten.